schau schau Marc, der gehört mir! Verpiss dich Marc! Einer hat hinter euch! Marc, man! Ist einer ein bisschen... ...filtert? Ich hab den so viele Hits gegeben. Und dann kommst du so her so... Ich bin Marc. Ich spring jetzt voll auf ihn zu und... ...muss ihn nur mit irgendwas, mit einer Granate abwerfen und er schläft schon. Ey, ich hab ihn aber angesnipet hier. Oh fuck, ich muss schnell weg, sonst respawned Stefan bei mir. F***, ich gehöre Joy! Oh! Mir wurde dein Namensschild nicht angezeigt, sorry. Also Stefan, ich glaub deine Teammates sind nicht so krass. Es tut mir voll leid, Mann. Willst du nicht teamwechseln? Ich wollte dich nicht töten, wirklich nicht. Ich dachte, du wärst ein Gegner, aber ich hab das Namensschild nicht angezeigt gekriegt. Aber tu mir wenigstens einen Gefallen, Stefan, und wechsel dann immerhin deine Pistole. Was? LOL! Wir haben uns gegenseitig getötet. Das war aber mein... Das war der Quickscope des Todes von mir. Man kann bei Mates respawnen. Hä? Ja. Ja. Versuch mal. Ja. Wir müssen genau gleichzeitig geklickt haben, Stefan. F***! Hihihi! 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 Keine Angst, der ist scheiße. Du hast seinen Shot gesehen, das Spiel. Seinen Shot hab ich wirklich gesehen. Schau mal das. Verdammt. Der ist flasht. Aber jetzt ist er smoked. Und jetzt ist... smoked weed. Hihihi! Waaah! Eijijij! Einsteiger Glück! Ah ist eine. Hihihi! Ja. Hihihi! Lukas, dein intelligenter junger Mann! Hä? Wieso? Und wem hast du diese Lüge? Hihihi! Was hast du jetzt gesagt? Seerskop und Alexa funktioniert nicht mehr. Ich brauche mich gar nicht drüber lustig zu machen, du stürzt es trotzdem ab. Loll, hast mich kurz gesehen vorhin, oder? Ja. Hab ich. Oh, dieser Schuss! Ja, schön, wir wissen alle, dass du mal reinlangen kannst. Ist doch ne Waffe, Marc, save ne Waffe! Hä? Marc, save doch! Nein! Luca, welche Farbe hat dein Haus? Es ist ultraviolett und er hat blassblaue Tupfen. Das ist wunderschön. Ja, weil es ultraviolett ist. Luca, wenn es ultraviolett ist, dann kann man dein Haus gar nicht sehen, das ist cool. Ja, es ist ultraviolett, aber es hat ja die blassblauen Tupfen, also. Und das coole ist, Jakob sitzt vor meiner Eingangstür, als er noch so in der Grundschule war auf Google Maps. Was töte die Rechte? Echt? Ja, ja, das hat uns echt vor meiner Eingangstür. Stimmt, das hast du mir mal gezeigt. Stimmt, das hast du mir mal gezeigt. Ein Linkslenker ist dann einer, wo das Lenkrad rechts ist. Nein, Linkslenker, Lenkrad links. Nein, weil das hat's glaube ich gerade falsch gesagt. Ja, aber ich glaube, das ist das gerade falsch gesagt. Nein, er ist hier im Spiel ein Linkslenker, das müsste aber ein Rechtslenker sein, weil es den Neutz-Rechtslenker eigentlich gab. Kann man bestimmt auch als Linkslenker kaufen. Nein. Der wurde nie so gebaut. Wenn, dann wurde er irgendwie von irgendeiner Werkstatt umgebaut, aber original kann man ihn nicht so kaufen. Ne, der hier ist ja gepimpt. Ja, aber auch der Serie in Skyline hat das Lenkrad auf der Seite. Vielleicht ist es ja nicht ganz so Serie, wie du dachtest. Mhm. Vielleicht ist es in Wahrheit Manuel Neuer. Oh, wie witzig. Ach, das war der schlechteste Witz des Tages. So, ich hab grad voll Bock auf so ein paar Dosen-Mandarinen, Alter. Dosen-Mandarinen. Ja. Die schmecken doch mega scheiße, oder? Die schmecken doch mega scheiße, oder? Die schmecken doch mega geil. Und was sind Mandarinen nochmal? Bis der Oberstil, Alter. Was sind Mandarinen, sag mal? Was sind Mandarinen, sag mal? Kleine Orangen. Ach so. Aber warum auch die Dose? Weil die gezogert sind. Ich hab noch nie Dosen-Mandarinen, ich hab immer nur normale Mandarinen gegessen. Weißt du, wenn du normale Mandarinen hast, wenn du normale Mandarinen hast, ne? Dann sind ja da immer diese kleinen Scheidchen, die du so ran musst, und die sind halt immer in so einer einzelnen Haut drinnen. Mhm. Und bei Dosen-Mandarinen ist diese Haut nicht da. Halt auch nicht dann dieses weiße Fusselzeug da drunter. Und das ist geil.